Ja, kann ich schon machen. Ja, 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 ja. Ja, gut. Ja, gut. Genau wegen Ticket und so, wegen Weihnachten und so, würde es schon gehen, ne? Also, am 23. Ja, am 22. oder 23. Ja, noch ein Tag ist, der 22. Weißt du das gerade, was das ist? Ja, dann wollen wir doch lieber erst am 23. Ja, ich muss halt dann frei nehmen, ne? Ja. 21. Nein, das war so... Ja, ich... Ich würde es ja lieber in die Weihnachtszeit hängen. Ja, was? Hm? Ja. Ähm... Ja, ich muss wahrscheinlich arbeiten in den Tagen. Also... Ja. Ja. Ja.